stein stein wir brauchen stein wir wollen alles stein hütte und wir brauchen stein das ist wir wollen alle stein und holz und holz und stein stein und stein und holz und stein dabei ich werde angegriffen nein werde ich beteilige dich was geschafft und ich dein verdienst dass wir mal wieder nicht gut ich hab dich nur gesehen dass du da alles voll im griff hast dass mir bohrt alter fakten krokodil haha wie stirbst du was auch alles vor wenn er jetzt wieder zu mir abdrehst du das krokodil ja schmackhaftes fleisch alter man kann das abbauen und das sind ja ich habe eben gar mit schwer drauf gehauen ja schon natürlich mal knochen und fleisch noch was war falsch gemacht du bist doch einfach nur nachdenken warum machen wir das nicht david krisat ollie warum machen wir sowas nicht weil wir doof sind weil wir denken sie doch nur abbauen die tiere aber wir hätten nie verhungern müssen haben wir so viel getötet andere was passiert wenn wir großen baum hier ab enden ob den kannst du nicht ab werden bevor schon dass da kein holz rauskommen das ist ein baum der nicht abbaubar ist ist der götter baum der waschen da bevor wir überhaupt der erde waren okay der götter baum nicht ja 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 hat's reich mit dem götter baum so ist egal sammeln wir mal weiter materialien ich habe eine fest fett raupe widerlich aber nahrhaft wo kommt die denn jetzt her ist jetzt hier der berg wird simulator oder was weiter schleim ich hatte aber vitamin reich schieb dir das rein hat den sapel damit was auch neben dir ist was ja nager schon im endgame und wenn die schon im endgame sind kann das spiel nicht so anspruchsvoll sein wollte gerade sagen und das vier erledigen ist es davon wir noch nicht muss erst mal meine sachen reparieren der ist aber zugesetzt warum ich sage ich so viel fleisch wildfleisch schmackhaftes fleisch und ein voll der experte jetzt hier bei der fleisch reichologe ja 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 eine fette raub im inventar schmackhaft 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 pflanzenfasern habe ich auch 66 stück pflanzenfasern brauchen wir noch 10.000 stück also ich fühle mich so ein bisschen so zurückversetzt wie ein arg weißt du rumrennen sammeln und nichts auf die käme ich werde schon wieder angehören jetzt schon wieder noch einer krieg selbst stein abgebaut mit dem schwert alter ich muss bald wieder zurück meine tasche ist bei dir voll man hat gerade mal ein bisschen stein schon ist die axt wieder kaputt oder so ein stein wieder weg das ist ja auch noch eine stein axt und so ne denk dran dann bau doch mal was aus eisen wenn du eisen hast ich habe bis jetzt nur einen eisenstein gefunden hast du für den eisenstein ich habe keine ahnung ich habe einen eisenstein gefunden den gefunden ich weiß es nicht ich habe einen eisenstein gefunden wo hast du den denn her ich weiß es nicht ich habe den irgendwo gefunden hat so schön geglitzert hat dachte ich mir nehme ich mir das vielleicht wichtig ist auch immer so ein iphone auf dem boden gucken ich weiß ich dann weg weil ich denke aber die eier sind schon wie sport gehe ich nach ich nach da er hat so ich von den fischern gibt es tierhaut die sehen gar nicht aus wie tiere und die tiere haben keine haut an reinein die haben nein diese komischen klubsch augen dinger die da immer rum rennen die sehen doch nicht aus wie tiere das bauen wir noch zwei fundamente wie groß brauchen wir unsere hütte ich würde sagen 100 mal 100 okay naja weißt du wir sind bescheiden wie drei mal drei ja das war lang für den anfang gleich 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 vielleicht noch mehr sammeln pflanzen faser dicker haut habe ich sogar eine hier noch mal stein drin da kann ich auch nicht reinlegen stein ja dann nehme ich raus dann kann ich dir dann noch mal ein bisschen holz reinlegen ich brauch stein das wird schlecht oder wie macht man eigentlich kohle was soll nicht noch stein 37 aber die wollen noch mal zu präferieren zwischen euch bestimmt vielleicht noch sammeln gegen euch selbst ein neues bett setzen und wenn es ist dass wir hier hinsetzen hier kommt mal stein sammeln und so die tür bauen holz haben war naja ich brauche noch da und zum vorsagen hatte damit wahrscheinlich auch neue tasche hatte ich lichte die hin ich habe schon gewonnen da wer legst du mir denn hin ja äh kiste voll nasen 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 wo soll ich dich denn sonst hinlegen wenn die kiste voll ist draußen ins wasser oder das wäre sehr nett von dir also ok mal hier alles klar was ist denn da Tür TRIN TÜR DRIN Ey Ey anyway Andre SEE DICH MAU M hee Warte ich wir schon fertig wurde nicht gewählt um zu denken ich wurde zu lenken richtig, richtig mit fleißig stein und kühlschrank kühlschrank oder man kühlschrank überhaupt so was wie kühlschrank alter diese kone in alter wie sie sind hier in der prähistorischen uhrzeit zivilisation gibt es keine technologien wahrscheinlich sind wir deswegen am kreuz gelandet weiß bescheid ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei bist du dabei nicht dabei bist du dabei sind wir dabei aber wenn es dunkel wird dann gehe ich wieder zurück ja 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 aber man kann seine attribute kostenlos zurücksetzen ich habe noch mal 200 stein darf ich dir die noch mal bringen ja darfst du komm dann auch vorne rein hallo steinsäule das stein das stein in der kiste andere ja danke stufe 10 kannst du den stein mal raus an den sklaven fangen wäre super aber wir wissen noch nicht wie was soll ich raus dem stein ja damit ich halt der andere stand um ein denn jetzt am anfang dieses spiel am anfang kaufst du und machen mit und erklär uns wie das geht wenn du schon weißt wie das alles funktioniert ja ollie weiß schon wieder alles umfackeln ja dafür brauche ich mir am besten kohle aber wie macht man kohle jetzt müssen die zwei hoch die mauern oder weiß ja nicht also so geht du kannst auch eine hoch machen weil erst mal ein flaches tag drauf und dann können wir ja eventuell ja auch noch eine zweite etage tropfen leichter können oder so bestimmen kann man kann man bestimmt irgendwann treppen gibt es auf jeden fall sandstein treppen die gehe die sehe ich hier ja das finde ich aber nicht mehr raus ich glaube ich stehe hier aus spaß hier drin ich traue mich da jetzt eigentlich nichts zu sagen wirst du trüppel weil ich sagt das ist schrott ist du bist einfach nur verbittert und alt so weil ich habe eine provisorische fackel treppe kuga ich oben treppe ich weitergehen hallo cool dunkel dunkel da hinten ist feuer an der hände brennt feuer wo ist dahinten komm her komm hoch da hinten da waren wir doch vorhin da war aber nix ist da jetzt was nirg ich geh da nicht nirg wir müssen das klaven fahren Aber warum Slaves, Alter? Weibliche oder männliche? Weibliche habe ich noch keine gesehen. Aber weibliche werden es so bevorzugen. Ja, ja, ja. Brauchst du noch Stein? Boah, wahrscheinlich. Okay. Warte. Holz, ich habe nochmal Päste, ein paar Knochen, ein paar Samen. Geld-Lotos, äh, Geld-Lotos. Waren da noch Zweren drin? Äh, ne. Einen habe ich jetzt reingepackt, aber mehr ist das auch nicht. Tschüss. Ich will mal nach Stein gucken. Boah, Alter, bei Piers ist es dunkel, wenn du nicht hier bist. Du hast ja noch hier eine Fackel gebaut. Alter, Pflanzenfasern, Äste. Sind da alles drin, Herr André? Das ist draußen aber auch nicht viel heller mit Fackel. Das ist voll dunkel. Voll finster und so. Mein Gott. Oh, oh. Was denn? Fackel kaputt. Oh, jetzt ist sie wieder. Oh, schnell mal repariert. Uh. Aber ganz schön. Also sobald die kaputt ist, ist es dunkel. Aber verdammt nochmal. Womit repariert man die? Die reparierst du? Mit Pflanzenfasern. Auf wem man hat man keine, wa? Man stehst ja doof da. Hm? Richtig. So eine zweite Kiste. Oh, sehr schön. Oh, vor uns ist es schon wieder, fängt schon wieder an, zu respawnen, alles andere. Gut, oder nicht? Ja. Sind die Rinde, ja. Nur, wenn du mit der Spitzhacke auf den Baum brauchst, dann kriegst du das raus. Ich glaub, ich bin am See was zu füllen. Hm. Oh, da drüben steht ein Barbar unten, deswegen ist da so hell. Okay. Stimmt, die Bäume respawnen schon wieder. Logischerweise, hier brauchen die Pflanzenfasern so lange. Yep. Steine, finde ich. So, wir haben hier noch ein bisschen Rinde mitnehmen. Vielleicht bauen wir die ja mal. Weiß es noch nicht. Steine, ne? Ich will mal ein bisschen Stein sammeln könnte, aber nein, das ist ja komisch, weil sie immer alles leer. Was? Stein? Weil ich immer was zum Reparieren hab. Ja, ja. Ja, dann... Wieso werde ich jetzt wieder irgendwo zurückgestoßen hier? Darf sich nicht so weit von mir entfernen. Denn... Hier irgendwie verschritten und ich werde jetzt wieder von irgendwas zurückgestoßen. Ich werde einfach von irgendwas zurückgedrängt. Komm nicht vorwärts. Ich glaub nicht. Ich werde da von irgendwas weggestoßen. Ist zum... Jetzt häng ich hier an einem Felsen, weil ich von irgendwas zurückgestoßen werde. Wie? Du wirst... Wie zu weit du dann entfernt? Eieieieieiei. Das ist das denn? Hab ich dir doch gesagt. André, wir dürfen nicht so weit weggehen. Verdammt, das geht so nicht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. So gut, vielleicht weil es gehostet ist, aber ansonsten weiß ich auch nicht. Ja, nervig finde ich das auch. Also da kann man ja nicht mal alleine irgendwo einfach mal hingehen und sagen, weißt was, dann gehe ich jetzt woanders hin. Na ja, gut, sagen wir mal, es ist jetzt gerade erst gestartet. Vielleicht kommt es direkt als erstes Update. Hallo Mitch. Du warst ja schon ewig nicht mehr da. Schön, dass du auch mal wieder reinschaust. Okay, Dschungelaffen. Nein, nicht wirklich. Bananenschaukler vielleicht. Wir haben doch gerade festgestellt, wir dürfen nicht voneinander zu weit entfernt sein. Du bist mein Bro, Alter, du bist mein Band. Ja, Alter, wo soll ich denn, wo soll ich denn ohne dich hin? Ich weiß es ja, willst du mein Freund sein? Kann ich noch tragen? Och, ich habe noch Platz. Ja, ich blöde doch noch. Viele, die dich nicht interessieren, wow. Gott sei Dank haben wir hier ein breites Spektrum an Spiele, ne André? Gott sei Dank. Du hast für jeden ja irgendwann mal was dabei. Nein! Pariert. Alter, selbst die, diese, André, das hört sich genauso an wie in Art, wenn die Bäume umkippen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, ja. Das war genau so. Tetris wie fortgeschritten, wow. Ist das André? Minecraft, Tetris wie fortgeschritten. ne? Was ist das? Aber immerhin für fortgeschritten und nicht für Dummies. Ich meine, war sie nett. Ja, das stimmt eigentlich. So spielen wir ja nicht nur Minecraft. In letzter Zeit ein bisschen öfter, so war... Tier heute, Tier heute. Es gibt halt nichts großartiges anderes, was wir spielen können. Ist das ein Problem. ein bisschen eingeschränkt. Oh, 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 oh. Au. Au. Ich komme, aua doch. Wo ist mein Bro? Wo ist mein Bro? Alter, du hast mich voll mit dem Schwert gestoppt. Kann ich doch nicht. Also ich muss ja sagen, die Charaktere, die sind im RL schon sehr ähnlich. Ich glaube auch immer mit Schlüppern rum. Wir müssen gleich zurück, André. Ich habe vielleicht schon wieder 400 Standen in der Tasche. Oh, ja, weil du mir die ganzen Steine wegnimmst. Du kannst gerne welche haben. Nach mir... Ich komme hier gerne nochmal schon eine zweite Kiste gebaut. Wenn wir mehr Pflanzenfasern haben, können wir noch eine bauen. Also ich habe 101. Ja, dafür sollten wir noch eine bauen können. Also, das kannst du jetzt haben. Ich bin feil. Eltern, geh nicht zu weit weg. Nein, ich bleibe bei dir in der Nähe. Du musst mein Freund sein. Ich verteidige dich, Alter. Ich verteidige dich. In Horrorleague kreischen wir uns immer an. Wir hatten letztes Mal gespielt, da hatten wir eine Win-Serie. Das war uns nicht ganz geheuer. Dann haben wir schnell ausgemacht. Ja. Richtig. Das ist gewundert, warum wir so viele Spiele ineinander gewonnen haben. Oli war nicht dabei. Wir wundern uns über viele Sachen eigentlich. Ja, das Wunderlichste war, ich habe heute Digimon aufgenommen. Oh ja, Digimon, Digimon, Digimon. Aber wenn sie denn, ich will es besser. Wenn sie denn Evil durchschauen bei dir. Na, Digimon kommt ja auch erst morgen. Hat heute wieder einige Capture-Craft-Probleme. Kaputt, kaputt. Wird zu viel beansprucht. Nein, ich habe müssen wir mal gucken, welcher USB gerade genug. Ja, schön, dass man wieder da was. Auf Wiedersehen, Mensch. Zu wenig Strom gibt. Ja, da musst du mehr Strom geben. Ich muss immer gucken, welcher USB gerade am besten läuft. Am besten ist du holst den größeren Netzteil, was ein bisschen mehr Wurms hat. Da kannst du alles bewirtschaften. So, dann lass uns doch auch mal ein bisschen bauen. Ja, alles unter 750 Watt ist sowieso scheiße. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich drin habe. Hallo, ich mache mal Teel-Such. Äh, ich mache mal, ich mache mal hier. Aber immerhin wird schon sehr nicht vergessen. Wir spielen auch jetzt nicht mehr so auf Minecraft, aber nur noch sieben Mal die Woche. Okay. Ich habe dir ja mal hier die Steine splittig mal auf. Bitten. Also Pflanzenfasern. Hier tue ich mal das dann noch rein. Ah ja. Weil das noch schmackhaftes Fleisch habe ich noch in der Tasche. Uff da, uff da. Warte, ich stelle gerade einen Fensterrahmen her, Alter. Boah, voll cool. Guck, wie ich die Wien-Arc einfach ersetzen kann. Nein, das geht nicht. Ah, okay. Dann setz oben. Dann setz oben hin. Siehst du mich? Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Master of the Universe. Ach, ich habe die Kraft. Ich habe die Kraft. Da ist gleich noch ein Steak für dich, das ist sehr gut. Kannst du hier nicht auch noch einen hinsetzen? Ja? Oder können wir da nicht mal hoch? Ich glaube, dann kommen wir nicht mal hoch. Oh, okay. Dann musst du auf jeden Fall hier nochmal nach außen verbreitern, ne? Irgendwie. Guck mal, man kann, es gibt ja Pillars. Ah ja, siehst du? So, und ich will mal gucken, wo... Und da noch ein Fenster? Und da noch ein Fenster? Was hab ich da? Wollten wir doch noch verlängern in die Seite. Mann, bin ich tot. Belegen. Wir haben ja eigentlich so ein Tier heute können. wir mal ein bisschen gebrauchen. Tier heute. Tier heute. Ich bin der Anus-Renge. Ich bin der Anus-Renge. Amus-Renge. Anus-Renge, verstanden. Ich muss auch so ein Anus-Tier heute. Wir können auch einen Bogen bauen mit Tier heute zum Beispiel. Ich baue doch mal einen Bogen. Mach ich mal. Ich baue Feuerwehr für Pfeile, boahs. Wir sind dazu, Holzpfeile. Ich baue doch mal zwei Hosen, ehrlich. Wir müssen immer noch mit unserem Schlüpper rumrennen hier. Der kann hier auch. Eins, zwei. So, aber Megabutze. Wird doch was hier. So, und da brauche ich 13 Zwirn. Ich habe viermal Eisenstein gefunden. Viermal Eisenstein. Das ist auch schon mal cool. Feuerstein-Pfeile können wir machen. Mit Äste. Äste, haben wir noch mehr Äste? Glaube nicht, ne? Hier sind über 100 Stück drin. Okay, das ist gut. Jetzt reingucken, wenn du willst. Gleich. Ich warte erstmal, bis die Hosen fertig sind. Ja, ich habe eine Hose, guck mal. Uka, 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 Uka. Ja, wohl. Sexy Mann. Ist einfach so geil, wie sexy Mann sein kann. Kann ich denn jetzt machen? Holzküste, leichter Torbahn, leichte Scherbe, leichter Brustpanzer. So, Pillar. Wollte ja nicht nochmal Pillar. Gib mir noch mehr Pillar. Pillarz. Wo sind wir jetzt? Acht. Warte, 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 warte. Ich laufe doch gar nicht weg. Ich laufe doch gar nicht weg. Ihr von der Lichternhose. Schnell. So, kommt der Olli und zieht mir die weg? Ja. Der Olli. Oh. Hose. Mal hier ein bisschen was raus. Ja, sammeln brauchen wir nicht. Die verkommen ja immer so schnell. Ja. Ich baue nur noch ein ordentliches Bett. Ordentliches Bett? Du musst eben auch mal ein ordentliches Bett bauen können. Stimmt, geht es bestimmt irgendwann. Trink ein anderes Fleisch, André. Jo. Schmied. Dafür brauchen wir Stufe 10. Was? Stufe 10? Weed? Rüstungsmacher Kerzen können wir mal. Kerzen machen. Können wir mal einen Kerzenstummel, weiße Kerze, schwarze Kerze. Eine Bienenwachskerze in weiß und schwarz. Boah, krass. Warum wir einen Stummel einer Kerze können, weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Wir müssen mal wieder raus, weil wir von Dunkel geht. Wow. Du machst die Tür auf. Und die Hälfte ist respawned. Ja, und dann, wir wollen auch bald wieder Steinen für die Pfeile. Wir wollen 150 Steinen für die Satz Pfeile. Ich weiß zwar nicht, wie viele da rauskommen, das werde ich aber gleich sehen. Oh, wir waren Sklave. Müssen wir mal gucken, wie wir die Typen gefangen nehmen. Oh ja. Da können wir später so eine Schleuder bauen oder so, wo wir die dann festbinden oder müssen die in der Falle stellen. Oder so ein fast ohne Anwendung Hochkommer. Fast ohne Anstrengung. Ja, fast ohne Anstrengung. Fahrstuhl. Ja, so ein Fahrstuhl. Fahrstuhl mit fast ohne Anstrengung. Sexy man, sexy man. Komm her, du Biest. Oh, Alter, du hast eine Reichweite. Ich komme. Töte mich nicht, töte mich nicht. Und dann kommt da nur ein Tierhaus raus bei mir. Das ist doch gut. Tierhäute können wir mal gebrauchen. Au, voll auf den Deets gekriegt. Tierhäute, Tierhäute. Am wenigstens kommt mit einer Spitzhacke auch Steinen raus. Da kommt mit einer Axt drauf voraus. Auch Stein. Auch nur Stein. Hallo, Tag an... Antonijewik. Antonijewik. Hallo. So, André, warte mal. Warte, warte, warte. Ich bin anwesend. Äh, äh, äh. Mal einen Bogen getoppt. Es kommt gleich. Naja, immerhin. Wenn ich Steine habe. 10 Pfeile kommen da immer raus. Boah, aus 50 Steinen kommen 10 Pfeile raus. Ja, ja. Du brauchst 9 Steine, um 1 Stein anzuspitzen. Oit. Nicht gut. Ah. Dummeres, ne? Ist auch noch ein bisschen Stein bei meiner. Äh, weil das kein Arc ist, was wir spielen. Ich weiß, es sieht sehr ähnlich aus, aber es ist kein Arc. Nein. Ich weiß, es ist auch so gemeint. Warum spielt ihr denn sowas? Dann hattet ihr doch einfach euch Mods für Arc runter. Ist dasselbe. Ja, so ungefähr. Nein. Wir wollen auch gerne mal was Neues ausprobieren. Wir erleben ja neue Abenteuer in unseren Unterhosen in anderen Welten. Richtig. Wir wollen ja Arc spielen. Komm schon, David, wir müssen beide mal noch das DLC spielen von Arc. Wir haben es wenigstens. Ja, wir haben es. Das spielen wir mal. Olli will ja nicht den Spanien verladen. Olli will nicht. Olli will nicht. Wir haben da noch nie reingeschaut in das DLC. Noch nie. Ja. Wir sind Zeit. Sexy Mann, sexy Mann. Wo ist David da? Ja, warte, ich mach nochmal. Total sexy Mann. Oh, da ist ein Hirsch. Und es wird dunkel. Es wird dunkel. Nein, ein Sandsturm. André, zurück. Oh nein, ein Sandsturm. Verdammt, das ist ein Sandsturm. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir hier im Sandsturm draußen bleiben. Alter, André, guck mal Richtung Barbarenlager. Was da zukommt, Alter. Guck dir das da mal an. Ach du Scheiße, was kommt denn da? Guck dir das an. Na, nach Hause. Dex Schwede, krasse Action. Ja, so vor bist du, hat auch so seine Momente. Ah, das stimmt. Aber der kann wenigstens Fackel halten und ein Werkzeug. Der weiß schon mal, was er arg voraus hat. Das stimmt allerdings. Das finde ich schon mal gut. Also es ist nicht alles arg. Nein, es hat schon so seine Vorteile. Warte, die Tür zu fett ab. So, tut es. Du musst mal da draußen gucken, wie schlimm das ist jetzt. Oh nein, ich glaube, wir haben so viele Samen. Wir müssen nochmal. Deine Samen der Pflanzen im Land der Verdammten. Ja, was recht. Einfach lächeln und nett winken. Vielleicht haut er dann ab. Du bist doch schon wieder weg. Warte, ich werde erstmal mal. Beigezogen. So, André, komm mal her, bitte. Wir waren wahrscheinlich nur am Rand. Mal gucken, Split. 30 Stück. Mehr kriegst du erstmal nicht. Wir haben auch Rusty, aber das ist nicht so unser Fall. Menü. Geben. Cancel. Guck gerade mal, wie das funktioniert. Keine Munition. Ah, mit rechter Maustaste. Ja, aber ich habe keine Munition, sagte mir. Wieso? Ich habe dir doch Feier gegeben. Ja, ich weiß, aber... Wie die Monde in die Aktionsleiste. Wir haben auch was, ja. Also ich habe hier unten in der Aktionsleiste gehabt und dann mit rechter Maustaste... ...weht er die aus. Jetzt geht das jetzt. Jetzt geht das ja. So wollten wir jetzt wieder neue Steine. Also wir brauchen eine Menge Steine. Lassen wir hier rechts hochgehen. Da waren wir noch gar nicht gucken. Wir wollen auch da hinten gucken, aber irgendwie will das Spiel, dass wir weiter wegkommen. Ja, zumindest... Auf Wiedersehen, danke, da war es. Auf Wiedersehen, ciao, ciao. Gehen wir mal eine Steine, Steine. Ich denke... ...und Faser mitnehmen. Schon mal daran vorbeikommen. Und Stöcker. Da wird da. Hier ist ein Monster, wo wir unsere Bogen ausprobieren können. Okay, zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Wo schon? Wow. Die haben gar keine Reichweite. Da ist ja auch nur ein einfacher Bogen, ne? Oh, wow. Aber... Das ist noch ein Viech. Naja, wir wollen mal nicht gebissen. Oh, nein! Ah, ha, 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 ha! Ha, ha. Wir müssen auch mit einem anderen Werkzeug draufhauen, um mehr Fleisch oder so rauszubekommen. Ja, richtig. Wie in Ark ähnlich. Da sind doch Steine. Ja. Boah, ja. Da haben wir schon draufhämmt. Das brauche ich dann nicht mehr draufhämmen. Wir können auch zu zweit draufhämmen, ne? Die ersten 100 habe ich voll. Mal draufhämmen. Draufhämmen? Ja. So eigentlich. Ja, okay. Bin immer in deiner Nähe. Wir haben ja nicht zu weit weg, sonst... Ja. ...bist du wieder irgendwo hingeschoben. Deswegen spawnst du auch wahrscheinlich bei mir, wenn du stirbst. Kann wahrscheinlich sein. Ja, ich denke mal, es wird schon noch gemacht. Hoffentlich. Das nimmt nämlich wirklich ein bisschen in den Spielspaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das anders ist, wenn man auf dem Server spielt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? So, ob es einfach daran nicht, dass wir in einem Clan sind oder so. Aber du hast mich geschlagen. Steine, steine. Steine brauche ich ja auch viele, weil ich brauche ja... Ja, auch Steine. Ja. Weil die Hütte weiterbauen. Steine brauchen wir viele, ja, das stimmt. Weil mich würde es interessieren, wo man dann Eisen auch noch herkriegt. Weiter drin, irgendwo. In den Höhlen ziehe ich ja noch Höhlen geben. Dungeons. Mal sehen. Ich glaube, Dörfer gibt es da, habe ich auch. Sicher bitte ich mir nicht, aber irgendwas sowas in der Art. Ja, ich meine, wir haben ja schon Eisen gefunden, so ein bisschen Eisenstahl, ne? Ja. Kann da natürlich auch sein, dass es wieder, wie bei Ark, zufällig irgendwie aus dem Stein rauskommt. Ja, in Ark gibt es aber auch Eisenvorkommen. Das stimmt, da gibt es auch Eisenvorkommen, ja. Da haben wir uns auch nicht viel umgeguckt. Wir sind immer noch irgendwie, die hängen wir hier gerade am Anfang rum. Ja, das stimmt. Und weiter mit den richtigen, interessanten Berufen kommen wir erst mit Stufe 10. Ja, nochmal einmal Eisenstein. Hm. Ich habe nochmal einen Eisenstein bekommen, André. Oh, gut. Ich möchte mal Klamotten, Waffen und ein Schild. Zwei Eisenstein. Zwei Eisenstein. Ich bin so langsam im orangenen Bereich. Ja, ich bin auch. Ich bin kurz vor Rot schon. Oh nein, ich bin durstig. Keinen Wasserschlauch mit? Nein, ich habe doch keinen. Warte, 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 warte. Wo bist du, wo bist du? Komm her. Wer da? Hier, ich bin gleich tot. Ach. Ich besitze ja keinen Wasserschlauch. Meiner liegt ja noch im... Hey, nimm und trink. All die Sappel und trink. Du hast wahrscheinlich den neuen gemacht. Nein. Ich hätte meinen nur wieder aufgenommen. Leer gesoffen. Ja, egal. Verhalt ihn. Kostet ein neuer. Können wir keinen bauen. Kostet doch nix. 20 Tierhaut und 10 Zwirn, Alter. Haben wir doch nicht. Hast du schon gelernt, oder was? Ja. Kann nennen. War eigentlich auch so was. Abgedichteter Tierschlauch. Nennt er sich. Äh, Trinkschlauch. Nee, kann ich nicht. Oh, gehen wir nochmal hier hoch. Ein durch. Das ist beim Lagerfeuer. In den Lagerfeuer. Beim Lagerfeuer hab ich ja noch nicht gelernt. Ja, das ist... Okay, dann kannst du den auch nicht. Dann mach ich nachher gleich neun. Alles cool, alles cool. Komm weiter. Das ist weiter. Will ich grad hier wegen Gerber. Gerber ist aber auch jetzt ab Stufe 10. Da kommen die ganz interessanten Sachen. Die Schmiede und alles. Hm. Dann haben wir erstmal Stufe 10. Das ist die erste Hürde. Ja, dann... Musst du ja weiter... Weitere gleichzeitiger Brüge. Musst du ja weiter sammeln, looten, looten, sammeln. Wird dunkel, glaube ich. Hier rein und drauf gekommen, oder? 400 Steine, André. 400. Oh, ich bin rot, Alter. Ich muss zurück. Ja, lass es. Hier. Ja. Woher wollen wir denn? Hier links davon ist unser Baum. Da ist unsere Hütte. Da unten steht ein Barbar. Den müssen wir uns irgendwie catchen. Catch me if you can. Ach du scheiße, ach du scheiße, ach du scheiße. Was denn? Er ist angegriffen. Ja, und er haut auf die Tür auf, Alter. Alter, lass ihn rein. Tschüss. Oh. Er hängt jetzt unser... Super. Oh, du, lass ihn rein, ne? Das hängt ja unter der Hütte. Am Back gefunden. Cool. Er ist hier drin, irgendwo. Der nochmal rauskommt. Bin ich. Oh, mich trifft der Sauhund. Was machen wir jetzt? Oh. Ahnung. Frage. Es war eine Frage, ja. Ich hab keine Ahnung. Ernsthaft nicht. Übel. Die Tür hat ja schon kaputt gemacht. Oder ne, die ist aufgemacht. Die liegt da im Boden drin. Wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Ja. Lass er weg. Er ist weg. Er ist weg. Welches Level sind wir eigentlich? Ich bin Level 8. Was? Stufe 9. Ja, ja. Ich hab auch gerade gefunden. Ganz klein in der Ecke. Hm. Hm. Schön sieht das aus jetzt hier. Wir sind langsam richtig wohnlich. Ja, ne? Hm. Dann können wir hier hinten nachher ja nochmal hochgehen. Und, hm, ist das nicht schön? Geil, ne? Also das Bauen haben wir ja schon raus, ne? Ja, ne? Wir sind echt cool, alter. Ihr kennt mal ein bisschen was außen ist, steht nämlich dran. Echt? Cool. Ganz doofe wie mich. Cool, cool. Okay. Ich glaube, die Kerzen brauchst du, um die nachher hier drinnen aufzustellen. Wahrscheinlich, ja. Das kann sich hier nicht heransetzen. Das heißt, ich denke mal, du brauchst die Kerzen. Und hier ist noch 100 Steinen an der einen Kiste. Und da, yay. Ein Schlauch, sag ich mal auf, ein Schlauch. Ja, kann ich noch nicht herstellen. So, was hier heute 20? 20, die heute, nein, 16 hatten wir, glaube ich, ne? Wollen wir so in einer Kiste. Ah. So. Ein. Es wird. Hm. Rüstungsmacher. Dann könnte man nur Holztage machen. Robuste, mit Eisenbeschlägen, verstärkte Holztage. Schild. Steinkeule. Steinhammer. Hm. Eindeutig. Wahrscheinlich besser, wenn wir Fleisch rausschneiden oder so. Keine Ahnung. So, ich mach dir auch nochmal eine Weste an, Ringe. Weste. Weste? Hm, mach ich gerade mal. Seht so aus, dass wenn ich eine Weste brauche? Ja. Wir können schon wieder raus gleich. Reicht los. Ura, 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 ura. Wie so ein Steinzeitmensch, Alter. Will, Mensch, hallo. Ura, ura. Willst du deine Haare blond machen, so, dann wärst du wirklich He-Man. Ja, dann wär ich wirklich He-Man, Alter. Ich hab einfach nur zufällig, 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 ja, passt schon. Passt schon, das kenne ich irgendwo her. Hab ich schon mal gesehen. Hab ich schon mal gesehen, der kommt mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor, kann ich nehmen. Ich hab jetzt Kerzen mal gelernt. Kerzenstummel brauchen wir. Wundsekret. Wundsekret? Wundsekret. Ich bringe mir jetzt Wundsekret her. Ah nein, was mach ich denn? Wundsekret. Naja, klingt ja sehr appetitlich. Wir haben ein Bett. Weißt du, wir müssen vielleicht mal ein bisschen losziehen. Ein bisschen Essen mitnehmen. Habe ich leider nichts mehr. Ist noch was im Feuer dran, ne? Da müssen wir mal ein bisschen rumschauen. So, mein... Wieso, man stellt ja den Sack nicht her. Mal vielleicht den Gerbertisch für, oder so. Keine Ahnung. Das stellt ihn, die kann... Ich bin die ganze Zeit in Auftrag und... Ne, stell den nicht her. Sehr merkwürdig. Naja, ich hab den dringend schlau. Ja. Teil halt. Dann müssen wir den halt teilen. Teilen wir den halt brüderlich. So. Ziehen wir mal ein bisschen los jetzt. Der Stein. Mit Stein. Wir machen ja Erkundungstour. Dann ein bisschen losziehen. Nein. Sagen Sie, was wir sammeln können, sind Pflanzenfaser. Die brauchen wir wirklich. Na, zum Reparieren. Die Fackel haben wir wieder im Dunkeln. Ein bisschen Stein zum Reparieren. Nih, 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 nih. Na, voran sind schon wieder viele, viele böse Tiere. Okay. Hat schon einer mich gesichtet. Na, Tier heute? Und Fleisch. Okay. Da vorne ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer. So können wir ja mal hingucken. Sind wir hier vielleicht gestorben, da hinten? Nein. Toll. Der Axt war super drauskommt. Ja, auch Knochen, Tierhaut und Fleisch. Das ist völlig egal, womit du drauf warst. Im Prinzip ja. Noch so ein Vieh. Oh. Da hinter dem Busch. Oh, schmackhaftes Fleisch. Wird lecker. Das wird schmackhaft. Wird schmackhaft. Das wird schmackhaft. Lecker, lecker, lecker. Mhh, schmackhaftes Fleisch. Ich geh jetzt mal mit dem Feuer. Oh, oh, wer ist im Kampf? Ja. Keine Ahnung. Oh, Krokodil. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Oh. Tot, tot. Oh, da kam eine dicke Haut raus. Ja, dicke Haut. Cool. Weiter zum Feuer, weiter zum Feuer. Oh, da sind Barbaren. Oh, da sind Barbaren. Barbaren oder einfach nur einfacher. Nein, es gibt keine einfachen. Das sind alles Typen, die sich angreifen. Weil sonst, wenn wir die alle töten, haben wir irgendwann keine mehr zum Einfangen. Also zwei Stück sind das noch. Nee, hast recht. Lass die mal da. Okay. Sehen so unschuldig aus. Noch. Eier brauchen wir nicht aufsammeln. Die kleinen Dingern kommt teilweise mehr raus, als aus den großen. Wie immer. Schönen Pflanzenfasern. Man ist auf die Karte guckt, wo könnten wir da sein? Ja. Das sind aber auch keine Flüsse oder so. Was soll hier im Fluss sein? Ich habe da unten einen gelben Pfeil bei mir unten rechts. Ach, da unten sind wir. Wow. Wow, wir sind ja wirklich am... Wir müssen auf die andere Seite quasi. Wir müssen da entlang. Um in die Karte reinzukommen. Hier sind wir ja am Rand. Deswegen bist du vielleicht immer weggestoßen worden. Das kann natürlich sein, ja. Okay. Landesinnere geht es da lang. Da gehen wir auch in Richtung Rand. Da unten hat man gar nicht hingeguckt in der Ecke. Guck mal. So. Haha. Okay, sind wir im Kampf. Womit? Ah, hier. Da ist ein Reh oder so. Was ist das denn, Alter? Hört sich ja komisch an. Alter. Das hört sich an, wie so eine Muku aus der Flasche, weißt du? Also, wie viel... Ah, okay, wir haben ihn. Boah, hört sich sehr komisch an. Oh, da kommt jede Menge Fleisch raus. Achtmal schmackhaftes Fleisch habe ich jetzt. Okay, das heißt, wenn wir ins Landesinnere wollen, heißt es da lang. Wir haben uns wirklich an dem Rand verpisst. Ja, ja. Also, wir sind wirklich weit am Rand. Das stimmt allerdings. Weißt du, wir gehen nochmal zurück, Fleisch kochen und dann ins Landesinnere. Da wird es wirklich. Nicht? Außen kann es ja nicht gefährlich sein, wahrscheinlich sind... Ja, Rast gemischt mit ARC und Hallo Waschi. Hallo Waschi. Es scheint wirklich hier so der Baubereich zu sein, außen und im Inneren geht es dann wahrscheinlich ab. Ich habe keine Ahnung. Ja, im Inneren war ja auch die große Wüste, da gab es ja nichts zum Bauen. Wir bauten schon in der Wüste. Ich meine, irgendwelche Verrückte wird es bestimmt geben. Da. Da. Na, vielleicht noch in den Grill hauen. Ist aus. Hast du da Holz rein? Fleisch. Oder Holz rein? Ich werde mal am... Ich werde mal am... ...einsortieren kurz. Ja, 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 ja. Geil. Aber der Uli ist noch immer noch da. Ja, obwohl er sagt, er findet das Spiel so scheiße, ne? Ja, und er sagt, dass er so schwer krank ist. Mhm. Oli wird sich schon wieder aufregen, weil er unsere Kiste nicht aufgeholt hat. Äh, was macht ihr da? Warum räumt ihr nicht auf? Wird ihr scheiße im Kopf? Äh. Ja, sonst wäre. Das würde Oli wieder machen. So. Sollen wir ein paar Pfeile machen? Ist nicht so teuer für die geringe Ausbeute. Naja, ne? Ist einfach besser als die ganze Zeit zu warten, bis du da mit der Steinbeer darauf knüppelst. Deswegen müssen wir ja auf 10 leveln, dann können wir Eisen Sachen machen. Ja, hast du denn Eisen? Wir haben noch ein paar Klumpfe. Vielleicht reicht es jetzt schon mal für Eisenschwerter. Alter. Du weißt, wie viel wir für ein Eisenschwert gebraucht haben. Ja, du musst doch gar nicht alles mit ARC vergleichen. Sehen wir ja. Na, ich würde ja gerne... Gerber wäre noch, dann kriegen wir ja noch... Bestimmt auch noch irgendwelche neuen Sachen. Radwerksgeselle. Auch als ab Stufe 10. Ding. Ein Rüstungsmacher. Kannst du dann so leichte Stiefel und sowas machen. Weiß ich. Ein leichter Brustpanzer. Kann ich ja jetzt schon. Ja, kannst du jetzt schon. Dafür braucht man erstmal den Rüstungsmacher, ne? Die habe ich ja schon freigeschaltet. Ne, der Schmied, da brauchst du Stufe 10 für. Heileblöcke gibt es auch. Der Zimmermann auch ab Stufe 10. Ja, eine Armbrust, Alter. Es gibt eine Armbrust. Es gibt eine Eisenpieke. Viel geiler, Alter. Einen Speer und ein Schild. Dann machst du hier Vorline auf. Ein Entermesser, Alter. Oh, hier gibt es eine Flagge. Ein großes Lagerfeuer. Ja. Stuhlmacher. Ein Stuhlmacher, Alter. Holzbamp, Feuerpfeile, große Truhe. Gut, also ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen ausgestattet. Also unser Fleisch. Das Fleisch ist vor sich hin. Anrei, wo bist du? Oh, da bist du. Okay, ähm, durchs Wasser? Da drüben ist ein Babar, so ein Böse. Oh, wir haben auch gar nicht mal unter Wasser geguckt, was es hier so gibt. War nix. Herein. Jetzt kommen sie wieder. Weil sie wirklich gar keine Zeit haben.